Ich habe gesagt, ich bin ein Mensch, was machst du? Genau, ich habe ihnen fünfmal gesagt, sie sollen bitte aufstehen. Ich habe ihnen jetzt erklärt, was wir machen. Ich habe heute gesagt, ich habe ganz, ganz mitgebeten. Nein, nein, ich habe zweimal ihre Arbeit dabei gehabt. Sie haben sich neu eingebracht. Nein, ich habe nicht nur mich geteilt und nichts gemacht. Richtig, ich habe sie mehrmals angesprochen, sie sind der Aufforderung nicht nachgekommen. Ich habe ihnen erklärt, was dann passiert. Und das schon, dieser junge Mann hat meine Nase. Richtig, genau. Das ist ein Hebel, den wir anwenden, damit sie aufstehen. Das ist in Ordnung? Das ist in dem Fall in Ordnung. Das ist leider so, weil wir Zwangsmittel anwenden mussten, was ich ihnen mehrmals angedroht habe. Aber der Kollege hat gesagt, bitte stehen Sie auf, Sie haben nicht zu, dann müssen wir agieren. Sie wurden auch Verlaubssprecher angesagt. Müssten Sie jetzt, das kommt dann so mit rein. Können Sie mit rein? Dann machen wir jetzt eine andere hier. Ich bin auch noch, oder? Nein, das stimmt nicht. Aber Sie wollen doch jetzt nicht. Ja, aber das war nicht die Situation. Doch, das war nicht die Situation. Ich finde, Sie lachen die, äh... Ja, Sie haben Wiederschance geleistet. Ja, 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 ja. Kommen Sie mit rein, wir müssen da rein. Ich habe schon gestern, wir haben gestern, wir haben keine Sorgen mehr, okay? Warum? Nein, der Herr... Dann müssen Sie alle mitnehmen. Nee, also, ja, der Herr will eine Anzeige machen, dann müssen Sie auch dagegen eine Anzeige machen. Verstehen Sie? Deswegen ist es keine Anzeige gemacht, lassen Sie ihn doch gehen. Ja, aber er will ja. Wollen Sie eine Anzeige machen? Nein. Nein. Wir gehen natürlich auch auf Nummer sicher, ne? Nein, er will ja keine Anzeige erstatten. Ich habe den Punkt mal erklärt, er hat verstanden, er will keine Anzeige machen. Okay, vor laufender Kamera. Richtig. Sie wollen keine Anzeige machen? Okay. Er will keine Anzeige machen. Kann ich mit dabei sein? Kann ich mit dabei sein oder stört Sie das? Ich will gerne mit dabei sein. Alles klar, bis später.